Hey Digi! Hey Piggy! Was geht? Nicht viel noch mit dir. Passt, mir ist ein bisschen fad. Ja, irgendwas fehlt. Ich finde es ist so sommerlich draußen und irgendwie... Was ist denn nur deine Sonne? Was machen wir mit dem ganzen Zeug hier eigentlich? Hä? Was ist das denn? Was soll das Scheiße? Ich weiß nicht Digi, aber... Ich kann mir überhaupt gar nichts mit deinem Zeug vorstellen. Was ist das überhaupt denn Scheiße? Was machen wir eigentlich mit dem Zeug? Was ist das denn? Was wird so was? Ach so, das ist unsere Überraschungskiste. Wir dürfen ja nichts verraten. Genau, wir dürfen nichts verraten, Mann. Warum? Was sollen wir denn verraten? Da muss man sich ja vorstellen, was wir verraten sollen. Kann ich mir das überhaupt vorstellen? Kommt ja nicht jetzt bald ein neues Video? Kommt es jetzt schon? Fängt schon ab? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Wie heißt das neue Video? Summertime! Summertime! Featuring Danny Ranks! Ranks! Yes! Hotman and Loves! Alright! Part of YouTube! Part of YouTube! Neues Video! Und mehr verraten wir natürlich nicht, weil wir hier alles lustige Sachen haben. Aber wir verraten nichts, wir verraten. Gar nichts! Gar nichts! Gar nichts! Gar nichts! Gar nichts!